Willkommen zum Telekolleg Quantenphysik. Was ist Quantenphysik? Nun, die Quantenphysik ist im Grunde genommen eine Lehre der Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich haben alle Säugetiere 4 Quanten, Insekten 6 und Spinnen 8. Bei Spinnen sind die Quanten allerdings besonders klein, also sogenannte Quantillen. Prinzipiell werden die Vorder- von den Hinterquanten unterschieden, als auch deren Giralität oder Händigkeit. Denn nur Vorderquanten sind händisch im engeren Sinne, es kommen sowohl rechts- als auch linkshändische Quanten vor. Die Anzahl der Quanten wird als Quantenzahl bezeichnet. Ist die Wurzel aus der Quantenzahl ganzzahlig-reell oder komplex spricht man von einer sogenannten Quantratzahl? Die Quantenzahl ist eine Erhaltungsgröße und ändert sich nicht über die Dauer der Existenz des Quantenobjekts, außer es ist ein Tiger involviert. Der kleinstmögliche Übergang in der Quantenwelt wird als Quantensprung bezeichnet. Dieser Begriff wird im Alltag allerdings völlig falsch verwendet, da er im Sprachgebrauch weder mit Füßen noch mit Sport in Verbindung steht. Sie können diesen Quantensprung bequem zu Hause nachvollziehen, wenn Sie sich barfuß auf einen ebenen Untergrund stellen und nur durch die Bewegung der Zehen hüpfen. Hüpft man dabei mindestens 80 cm hoch, erreicht man den Bereich der Halbleiter, da man dann ungefähr halb so hoch hüpft wie eine kleine Leiter. Hüpft man nur ein Drittel so hoch, handelt es sich nicht mehr um eine Leiter, sondern um einen Tritt logischerweise. Albert Einstein beschrieb 1905 bereits den sogenannten Fotoeffekt, der besagt, dass niemand Fotos von Füßen mag und bekam dafür den Nobelpreis verliehen. Dieses Phänomen wurde in der Heisenbergschen Unschärferelation noch präzisiert. Dem entgegen steht das von Wolfgang Pauli postulierte St. Pauli-Prinzip. Auch der Tunneleffekt, bei dem Quanten an Stellen auftauchen, wo sie eigentlich nicht sein sollten, fällt eher in die Not-safe-for-Work-Abteilung. Werden Quanten durch enge Spalten gedrückt, verformen sie sich und es treten Beugungsmuster auf. Diese müssen orthopädisch behandelt werden, bis schließlich wieder Supersymmetrie herrscht und man keinen Haltungsschaden davon trägt. Die im Nachgang nötigen Besuche im Fitnessstudio nennt man Festkörperphysik. Eine weichere körperliche Quantenertüchtigung ist die sogenannte Quantenverschränkung, die man im Yoga findet. Eher fragwürdige Forschungsfelder, die noch erwähnenswert wären, sind die Quantengravitation, die versucht zu erklären, warum Katzen immer auf den Füßen landen, die Stringtheorie, die die Quanten nur als formgebende Objekte für Schnürsenkel ansieht und die M-Theorie, die alle Quantenobjekte abstrahiert, zu sogenannten Mauken. Zusammenfassend kann man sagen, dass unsere heutige Welt ohne Quantenphysik nicht mehr denkbar wäre, denn allein Produkte von Adidas, Puma, Rebock oder sogar der Jack Wolfskin-Übergangsschuh basieren heute auf diesen fundamentalen Zusammenhängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir singen nun noch ein bisschen Quantanamera.